Hey zusammen, willkommen zurück zu GTA 5. Ich bin jetzt schon mal mit dem Trevor hier hingelatscht, bin dabei, ich glaube, dreimal verreckt. War super toll, er ist mal 20 Minuten verschwendet. Und jetzt bin ich halt hier oben, wo er, glaube ich, auch herkam, aus dem Loch, um hier das Flugzeug zu klauen. Wurde jetzt gerade auch schon markiert. Ich habe vier Sterne, Alter, dein Ernst? Äh, ja, ich glaube, ich bin tot. Ich glaube, ich bin sehr schnell tot. Warte mal, ich mach mal eben meine Special-Fähigkeit an, damit ich keinen Schaden bekomme. Wie soll man das denn überleben? Schnell, schnell, zickzack, zickzack, ich brauche einen Wagen. Ich brauche ganz schnell einen Wagen. Schön, dass da einer steht. Ja, das ist die Zeit. Guck dich nochmal um, dass sich bloß keiner sieht. Ist ja nicht so, als wenn du gerade komplett umzingelt werden würdest. So, wo lang denn jetzt? Scheiße, Mann, ich weiß nicht, wohin. Ja, übertreibt, Mann, übertreibt doch nicht. Aber gut, warte mal, wenn da ein Heli ist. Oder ein Panzer. Ah, ein Heli. Dann dürfte das eigentlich kein Problem sein. Nein, 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 nein. Beilung, Beilung. Ich aktiviere die Fähigkeit, ich aktiviere die Fähigkeit, ich aktiviere die Fähigkeit. Ich kann die Fähigkeit nicht aktivieren. Nö, geht nicht. Vielleicht, weil sie leer ist. Oder weil es dir einfach nicht geht. Hänge den Militärhubschrauber ab. Oh, okay. Oh, guck mal, da lebt Otto drin. In dem Turm. Oh, 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 eine Rakete. Ja, eine Rakete. What the fuck. Egal, ich probiere einfach mal irgendwie, wir können uns da untere Brücke verkriechen. Geht bestimmt sehr gut mit einem Heli. Ich fliege einfach mal in irgendeine Richtung. Nein, 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 nein. Alter. Ja, ist okay. Ey, wenn ihr mich dann einmal treffen solltet, ich bin nur direkt tot. Lass mich. Boah, war so ein Heli, Mann. Da bist du echt gerüstet. Vielleicht kann ich den ja dann immer benutzen. Wer weiß. Vielleicht schalte ich die Sachen dadurch jetzt wirklich richtig frei. Dass ich die hier einmalig klaue. Fast wie bei Saints Row. Nur, dass man sich die Wagen dann wahrscheinlich nicht einspeichern kann. Höchstens in der Garage. Kann ich auch schießen? Ne. Ah. Okay. Wie weit ist denn dort weg? Ja, mach ich gleich. Landeanflug. Alter, das könnte richtig schief gehen, wenn ich so weitermache. Ich probiere es ganz hart. Oh Gott. Oh Gott. Ja, komm. Runter. Oh. War nicht mal so schlecht. Oh ja, das war gut. Der Trevor kann's einfach. Oh mein Gott. Du bist tief in der Nähe. 100%. Oh. War ich so gut. Cool. Alle Flugzeuge, die du auf Webseiten kaufst oder im Hangar abstellst, werden bei... Aufbewahrt. 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 Ach cool. Gut. Dann hab ich jetzt das U-Boot, den Helikopter. Dann fehlt eigentlich nur noch Michael, ne? Ich warte erstmal, bis er hier zu Ende gelabert hat. Hey Leute, wir müssen uns unterhalten. Treffpunkt ist das Grundstück Elbow. Äh, nein. Kannst du mich mal im Arsch lächeln? Ich geh jetzt zu Michael. Boah, bitte sei nicht zu weit weg. Bitte sei nicht zu weit weg. Da hab ich jetzt gar keinen Bock drauf, ey. Muss ich wieder da hinlatschen. Oder ich nehm ein Taxi. Das geht natürlich auch. So. Um Golf zu spielen? Na, ne, das machen wir jetzt nicht. Das machen wir einen anderen Mal. Äh, das ist da unten irgendwo da. Genau. Ja gut, dann muss ich auf jeden Fall mal eben hingehen und... Ein Taxi rufen. Kann man bestimmt noch irgendwie anrufen oder so, aber ich... Ist jetzt egal. Aber warte mal, kann ich auch während der Fahrt machen, oder? Ja. Kontakte. Notfalldienst. Hä, was bringt das denn? 911. Helfer. Feuerwehr-Notarzt-Polizei. Ich... Ich ruf die Polizei. Oh. Und dann? Mike, wir beide wissen, fliegen ist nicht deine Stärke. Aber für den Hafenjob wirst du fliegen müssen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Oh, ich hör schon die Bullen. Oh, was wollen die denn von mir? Kein Taxi in Sicht. Es geht ab. Mädels, das U-Bot ist in Position. Ja, ich... Ich muss da noch fliegen lernen. Sag mal, sind die jetzt da hinten? Ja. Die sind dahin gelaufen, wo ich gerade angerufen hatte. Und die wissen überhaupt nicht, wer das war. Aber das ist ja klar. Hier wollen sie mich auch erkennen. Cool. Man kann die Bullen rufen. Hm. Wofür man das nutzen könnte? Ich weiß nicht. Ja. Geht doch. Nice. Komm, hüpf rüber. Hüpf rüber. Ja. Ich glaube, es geht. Und... Ja, ich bin richtig. Flugschule. Oh, dat wird schön. Dat wird schön. Übung Start. Okay. Das muss ich anscheinend machen, sonst wäre der Stern nicht da. Oh, nee, komm. Da brauchen wir uns nicht anhören. Das kann ich auch so. Ich muss dann einfach nachmachen. Ich würde es machen. Was soll ich jetzt tun? Okay. Ab nach oben. Und ich eigentlich noch ein bisschen länger Anlauf nehmen können. Um das Fahrgestell einzufahren. Ah. Ach. Und dann wieder aus... Nein! Wisst ihr... Wisst ihr, warum ich jetzt nicht bestanden habe? Ich hab... Ich hab nochmal den Knopf gedrückt. Um zu gucken, ob ich das Fahrgestell auch wieder ausfahren kann. Dann fahren wir jetzt ein bisschen peinlich. Ah, ist das nicht schön. Okay. Okay. Oh. Wackelt aber ganz schön. Was war denn das? So, aber ich glaube, das war schon, oder? Müssen wir noch mehr machen? Eigentlich ja... Eigentlich ja schon. Eigentlich müsste ich lernen, mit einem Heli umzugehen. Ach so. Das zeigt einfach nur, wo ich war, oder was? Oh Gott. Ah. Helikurs. Okay. Müssen wir wohl noch ein bisschen weiterspielen. Landung auf der Rollbahn. Okay. Das haben wir ja eigentlich auch schon gemacht. War zwar so ein bisschen hart, aber... So. Landanflug. Alter, was für eine perfekte Landung. Warte mal, ich muss ein bisschen schneller fahren, sonst komme ich da hinten nicht an. Komm. Like a pro. Das Gebiet wurde verlassen. Sich doch verarschen. Weiß ich. Das war die perfekte Landung. Und was kann ich dafür, wenn der Spacko da noch irgendwo hin will? Oh. Toll. Super. Und da bin ich gerade verreckt. Kopfüberflug. Lerne doch, wie man Kopfüberfliegt. Boah, wenn ich da in San Andreas zurückdenke, ey. Also da musste man, glaube ich, echt fliegen lernen, weil das so schwer war. Aber hier? Ist doch voll einfach. Okay. Okay, Pilot. Es ist Zeit, für uns zu etwas verrückt werden. Erstens, ich will, dass du ein bisschen Altitude bekommen hast und gehst für das Checkpoint-Markt am Ende der Runway. Okay. Und dann? Was soll ich jetzt machen? So. Oder nicht? Ah. Boah, ist ja ekelhaft, ey. Okay, Moment. Hui. Hui. Okay. Drei hintereinander. Huuuuh. Huuuuh. Okay. Okay. Now let's see how you do upside down. On my word, roll over the plane and hold it steady. Okay. Roll the plane upside down. Hold the plane upside down for several seconds. Wow, das ist doch unglaublich schwer. Das ist doch eigentlich echt kein Problem. Genau, liegt bestimmt an dir, liegt bestimmt an dir, Messerflug, lerne wie man auf der Seite fliegt, oh, oh, ach so, ah, das ist ja total einfach, oh, oh, die Brücke könnte ein Problem werden, Tiefflug, folge einem Kurs durch die Stadt und fliege dabei niedriger Höhe, verpasst du einen Kontrollpunkt, erhältst du eine Zeitstrafe, oh, nein, Alter, wow, 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 wow War auch gar nicht knapp gerade. Ich glaube ich, boah, da müsste man mal Zeitlupe abspielen. Oh, wir haben es gleich geschafft. Dein Lesserziel, ja. Alter, jetzt sammeln ich, krieg ich kein Gold mehr. Komm, 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 komm. Ja. Lande den Flieger auf einer Brücke. Wie soll das denn gehen? Alter, das wackelt schon. Ach. Das wird von kein Problem. Gold? Habe ich Gold bekommen? Nee. Okay. Und wo ist das Problem? Habe ich doch gerade auch schon gemacht. Oh, das war wohl ein bisschen so früh von mir. Oder? Nee. Jetzt, aber. Oh, 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 boah. Ach, das war's. Okay, Leute, ich würde sagen, das war mit dem Part. Im nächsten Part werden wir dann wahrscheinlich den letzten Kurs belegen und dann mal gucken, ob es gereicht hat. Vielleicht reicht es jetzt gerade auch schon. Könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben. Sehe ich ja dann im Nachhinein. Wenn ihr etwa noch ein paar bewerten könntet, wir sehen uns dann gleich um 19.30 Uhr beim nächsten. Tschüss. Tschüss. La 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 la. Bis zum nächsten Mal.